Ja, voll in Blüte ist jetzt auch die Scharfgarbe Achillea. Wunderschön, wird sehr gerne angeflogen. Hier sieht man schon, da kommen einzelne Schwebfliegen. Also das sieht wunderschön aus. Die Stockäsien hier sehen so ein bisschen aus wie die Sommeraster. Man kann sie leicht verwechseln, aber auch eine sehr schöne Pflanze. Da ist auch schon ein Insekt drin, das da am Arbeiten ist. Da kommt jetzt erst noch richtig die Blüte. Das sind so die ersten, hier sieht man, voller, voller Knospen, wunderschön. Auch die Gaura hier, die haben ja so, die Blüten sehen ja schon aus wie kleine Schmetterlinge. Wenn man das mal so ein bisschen umdreht, das könnte auch ein Schmetterling sein mit den zwei großen und zwei kleineren Blättern hier. Stehen so ein bisschen drüber, blühen eigentlich den ganzen Sommer durch, hier kommt immer schon wieder eine neue Blüte nach. Hier stehen die Reste noch von dem Mohn, der ausgesät worden ist. Die Kapseln sind schon fast reif, man kann das mal hier aufmachen, ich weiß nicht, ob man es so schön sieht. Da kommt schon die Samen raus, wenn ihr mal den Hut weg macht. Da stecken ganz viele Mohnsamen drin. Die kann man schon aussehen, haben wir im nächsten Jahr wieder ganz viele. Wenn die jetzt reif sind, könnte man den eigentlich, genau, wenn die Samen jetzt reif sind, könnte man eigentlich zurückschneiden. Sie sehen nicht so besonders attraktiv mehr aus, aber man sollte es auf jeden Fall ausreifen lassen. Ein Favorit von mir sind natürlich die Malven. Die Buschmalven blühen den ganzen Sommer durch, werden hier, hier sieht man eine ganz dicke, fette Hummel da drin. Breiten sich relativ gut aus, sind aber gut schnittverträglich. Man kann sie ein bisschen ausputzen nach der Blüte. Die treiben auch nochmal durch, machen nochmal neue Knospen und insofern auch wirklich ein absoluter Hingucker. Eher für das Beet so ein bisschen nach hinten geeignet, weil sie auch etwas höher werden. Man sieht ja hier so 1,50 Meter durchaus groß werdend. Gehen wir mal hier weiter. Ein paar Beikräuter habt ihr auch stehen lassen, finde ich super. Hier Tradeskanzienblüten. Auch ein bisschen unauffälliger, blühen aber auch eine ganze Zeit lang. Hier ist die Agastasche, wunderschöner Duft. Die Blätter, wenn man die mal riecht, da meint man schon, es ist wie eine Minze. Es ist auch verwandt mit denen, es sind vierkantiger Stängel. Und da auch unheimlich viele Insekten hier, die Hummeln mit da drin, werden sehr, sehr gerne angeflogen. Eine lange Blütezeit, überaus attraktiv. Auch hier eine wertvolle Pflanze, die haben wir nicht hier hingesetzt. Aber nichtsdestotrotz, sie ist sehr wertvoll und wird auch sehr gerne hier zum Beispiel von der Biene hier angeflogen. Das ist eine Distel. Klar, sollte man nicht vielleicht direkt am Weg, da kratzt man ein bisschen. Aber ansonsten sehr, sehr wertvolle Pflanzen und es lohnt sich auch, diese mal drinnen zu lassen. Auch mal hinten sieht man eine Brennnessel. Die wird natürlich auch gerne angeflogen. Ist eine wichtige Futterpflanze für die Raupen. Sollte man auf jeden Fall auch mal drin lassen. Ruhig mal ein bisschen Mut zur Wildheit und mal gucken, was wächst denn da. Hier haben wir eine Zwergform vom Schmetterlingsflieder. Aber die Pflanze ist ja nicht so ganz unumstritten. Man sagt ja nach, dass es eine invasive Pflanze ist. Das heißt, die breitet sich ja aus. Da bin ich auch so ein bisschen ambivalent, muss ich ganz ehrlich sagen. Andererseits wird sehr, sehr gerne von den Schmetterlingen, von den adulten Schmetterlingen angeflogen. Ich setze auch ganz gerne in meinen Garten. Aber natürlich ist es dann auch wichtig, dass man entsprechende Futterpflanzen für die Raupen da hat. Man muss ein bisschen unter Kontrolle halten, ein bisschen aufpassen. Ich habe es aber in der freien Natur noch nicht so wahnsinnig häufig gesehen. An Bahndämmen vielleicht. Aber man muss ein bisschen aufpassen. Okay, dann kommt hier die Monarda. Die heißt Indianernessel genau. Sehr schöne Pflanze, die ist jetzt voll in der Blüte. Da kommt nicht mehr viel. Die kann man nach der Blüte nochmal abschneiden. Das ist eine remontierende Staude. Die kommt in der Regel nochmal nach und blüht dann auch nochmal. Hier ist natürlich unser Klassiker, der Lavendel. Auch sehr schön angeflogen. Ich bin total überrascht, wie viele Insekten jetzt schon am frühen Morgen hier am Pollen sammeln und am Nektar sammeln sind. Das ist Wahnsinn. Der Lavendel sehr schön. Ist eine kleinere Form, wird nicht so wahnsinnig groß. Da ist es wichtig, dass man ihn nach der Blüte, wenn es wirklich alles abgeblüht ist, leicht zurückschneidet und den richtigen Rückschnitt, den macht man dann im zeitigen Frühjahr, wenn er wieder beginnt auszutreiben. Was haben wir noch? Hier auch ein Favorit von mir. Eine Erysimum, ein Schöterich, Bowls Mauve oder Mauve Bowls. Ist ein holländisches Name, Mauve. Also lilafarben. Blüht den ganzen Sommer durch, sogar bis in den Winter hinein. Kommt immer mal wieder. Und ich finde, es ist eine ganz tolle Pflanze, die auch sehr gut von den Insekten angeflogen wird. Ist echt ein Favorit von mir. Im zeitigen Frühjahr. Aber die bleibt auch häufig noch grün über Winter. Dann schneidet man sie im zeitigen Frühjahr zurück, damit sie nicht zu dominant wird hier im Beet. Aber eine wirklich ganz, ganz tolle Pflanze. Fängt früh an zu blühen und blüht fast acht, neun Monate lang. Eine Exotia, die Fackelilie kneprofia. Sehr, sehr schöne Blüten. Die macht auch noch mal Blüten nach mit einem zweiten Schub. Und natürlich ganz klar Echinaceen, der Sonnenhut aus der Neuen Welt, aus Nordamerika. Eine sehr robuste Pflanze, die auch gut mit Trockenheit klarkommt und von Insekten sehr, sehr schön angeflogen wird. Und ich finde auch die farbliche Kombination hier, dieses Orange, Blau, sehr, sehr schön, sehr, sehr attraktiv. Echt ein Hingucker hier. So, was haben wir sonst noch? Ich glaube, da sind wir Sedumarten verschiedene noch hier. Auch da blüht noch was. Die Jakobsleiter hier auch noch mal, ganz schön. Und die fangen erst zum Herbst an zu blühen. Der Thymian ist schon verblüht. Also durchaus noch viel. Und natürlich, ganz klar, die Brennnessel. Ich finde es super, dass der Tochsten die stehen hat lassen, weil sie wirklich eine sehr wertvolle Pflanze ist. Und auch eine Indikatorpflanze, dass hier durchaus genug Dünger in der Erde ist, weil die Brennnesseln fühlen sich da wohl ausreichend Nährstoffe vorhanden sind. Die Allium hier, die Zierallium, haben ihren Dienst getan. Die ziehen sich jetzt schon wieder zurück. Die könnte man abschneiden. In der Zwiebel sind jetzt ausreichend Nährstoffe vorhanden, um im Frühjahr dann wieder bei Zeiten auszutreiben. Es ist immer sinnvoll, daneben andere Stauden zu setzen, die dann im Sommer diese Reste der Zierallium einfach überwachsen. Dann braucht man sich gar nicht viel Arbeit damit zu machen. Hier sieht man schon die ersten Sedumblüten. Manche blühen erst im Herbst. Hier sieht man den Wollzist. Und warum er Wollzist heißt, sieht man auch, weil die haben so echt einen richtigen Pflaumen, wie so ein Fell, wie so zarte Ohren. Auch eine sehr schöne Pflanze, die kommt erst noch ans Blühen. Genauso wie die Kariopteris hier. Die Bartblume blüht nachher blau. Wir müssen ja immer darauf achten, wenn man ein insektenfreundliches Beet gestalten wollen, dass wir nicht nur jetzt Blumenblüten haben, sondern auch noch im Herbst. Dass also nicht alles auf einmal da ist und nachher die Insekten im Herbst keine Nahrung mehr finden. Ähnliches gilt für den Knöterich da drüben. Der kommt noch gerade. Der hat später dann seinen großen Auftritt hier unten. Ist etwas unscheinbar noch. Ja, was haben wir denn noch was später blöd? Lass mal gucken. Gräser sind natürlich da. Hier unten auch noch mal ganz viele Sedumarten. So und so geht das ja dann irgendwann mal rum. Und wir haben immer Blüten. Helenium hier auch noch ganz schön. Die kommen auch später. Noch eine Zistrose. Zistus ist eine mediterrane Pflanze. Kommt aber auch. Ja, die müsste langsam kommen. Hat eigentlich auch nicht so wahnsinnig gut angesetzt, finde ich. Sehr schöne Blüten. Hier unten auch jetzt immer noch Grasnelken. Die blühen ja auch von April eigentlich schon an. Sehr fleißige Blühe. Man muss manchmal auch ein bisschen genauer hingucken. Hier ist nochmal der Mohn. Aber ich glaube so langsam überall noch ein paar Gaurien, die da zwischenstehen. Aber ich glaube so langsam haben wir alles. Da hinten ist noch ein Knöterich. Da ist noch eine Stockesie. Auch hier eine schöne Geraniumart. Der sogenannte Storchschnabel. Und man sieht auch, warum so Storchschnabel heißt. Wenn man diese Frucht mal sieht, die sehen so ein bisschen aus wie Storchenschnäbel. Wenn man so mal guckt. Klapper, klapper. Hoffentlich kneift er nicht. Aber eine sehr schöne dauerblühende Pflanze, die einen schönen Teppich macht. Und auch keine Beikräuter, Beigreiser groß durchlässt. Und eine ganz, ganz lange Blüte Zeit hat. Finde ich ein Favorit für mich. Also die ganzen verschiedenen. Es gibt noch andere Storchenschnabelgewächse. Aber das sind echt für mich Favoriten im vorderen Bereich der Beete. Die auch eine schöne Einfassung machen. Ja und hier kommen schon bald die nächsten Blüten an. Das sind nämlich die Astern. Die so im Spätsommer, im Frühherbst dann ihre große Zeit haben. Und dann, wenn sich die anderen Pflanzen zurückziehen, dann einfach sehr schön sind. Sind der Thymian hier. Da sind die letzten Blüten dran. Der hat so langsam hinter sich. Aber der ist sicherlich auch in den letzten Monaten ganz stark beflogen worden. Die ganzen Kräuter sind sowieso sehr, sehr nützlich für die Insekten. Da hat man was für den Menschen und für die Insekten. Also sie werden alle sehr, sehr gerne angeflogen. Und sind natürlich wie der Thymian hier. Aber auch wieder Majoran, der Rosmarin. Sehr, sehr gut an trockene Verhältnisse angepasst. Und machen dann auch wenig Arbeit. Ähnlich wie der Thymian ist der Phlox hier. Das ist so ein Teppich-Phlox. Ist der durch mit der Blüte. Hat aber, glaube ich, du müsstest es wissen, im April, Mai wunderschön geblüht. Macht solche Polster hier. Eine sehr schöne Pflanze. Aber man sieht, die ist immer noch attraktiv. Auch wenn sie jetzt nicht mehr blüht. Man muss halt gucken, dass man nacheinander was hat. Hier kommen nochmal die Sonnenblumen. Das dauert noch ein bisschen. Die sind wahrscheinlich ein bisschen spät ausgesät. Oder haben sich selber ausgesät. Und da hinten sehe ich nochmal auch eine tolle Pflanze. Gerade wenn sie blüht, sieht man nicht immer so viel. Aber hier der Hauswurz Sempervivum. Die haben wir damals um diesen Flieder herum gepflanzt. Und man sieht auch, also diese langen Blütenstiele. Ich weiß nicht, ob man die Kamera gut sieht. Und da ist auch schon die Biene mit dabei. Die brauchen eigentlich gar nichts. Also die wachsen Hauswurz früher auf den Dächern gewachsen. In den Reetdächern. Ganz, ganz anspruchslos. Machen schönen Boden. Und wie gesagt auch sehr, sehr schöne, attraktive Blüten. Hier haben wir noch ein Oregano. Da kommt auch gerade eine Biene. Da ist sie nämlich. Die Sorte Ken's Blue. Mit ihren kleinen, unscheinbaren Blüten. Aber auch wirklich eine aparte Pflanze. Die sich auch für den Randbereich eignet. Auch sehr hitzetolerant ist. Hitzestabil ist. Und auch eine lange Blütezeit hat. Und da drüben ist noch ein schöner Bodendecker. Nämlich nicht der Storchenschnabel, den wir vorhin hatten. Sondern der Reiher Schnabel Erodium Album. Auch ein sehr schöner Bodendecker mit kleinen roten Streifen hier drin. Also die Blüte sieht auch sehr, sehr schön aus. Und macht schön den Boden dicht. Und lässt anderen Ballkräutern da nicht mehr so viel Chancen. Also auch pflegeleicht. Und das Schöne an dem Beet ist, es macht auch ganz, ganz wenig Arbeit. Wir haben ja alles Pflanzen ausgewählt, die mit wenig Wasser, mit wenig Pflege auskommen. Wichtig ist, dass die Stauden im zeitigen Frühjahr zurückgeschnitten werden. Also nicht im Winter, sondern im zeitigen Frühjahr. Weil so manch eine Pflanze bildet Samen. Das ist ein wichtiges Vogelfutter. Und auch die abgestorbenen Pflanzenreste, die noch da stehen, die schützen die Pflanzen nochmal. Aber zeitiges Frühjahr, bevor sie neu austreiben, ist der richtige Zeitpunkt zurückzuschneiden. Wenn das alles mal hier zu ist und man sieht, hier ist noch gar nicht viel gekrautet worden. Es ist gar nicht viel Beikraut da. Das eine oder andere, was sich ansiedelt, ist durchaus auch wertvoll und attraktiv. Sollte man ruhig drin lassen. Sollte natürlich nicht überhand nehmen. Da muss man halt als Gärtner so ein bisschen regulierend eingreifen. Aber durchaus mal eine Distel zum Beispiel dabei zu haben, ist sinnvoll. Und ich finde, es ist ein super Beet. Da bleibt man eigentlich dran stehen. Es sumselt und brumselt. Wir haben gerade vorhin einen Admiral gesehen. Also Schmetterlinge, die ja echt selten geworden sind. Wir sehen Hummeln, wir sehen Bienen, wir sehen Schwebfliegen. Also die biologische Wertigkeit ist sehr, sehr hoch. Wenn ich dann daran denke, wie es vorher ausgesehen hat, das ist eigentlich echt eine Welt dazwischen. Also wenn es jeder machen würde, glaube ich, hätten wir schon so einen kleinen Beitrag für die Umwelt geleistet. Vielen Dank.